Da hast du wieder ins Kopfkino, oh, ist rutschig. Hilfe! Oh, ist das schön. Hure! Scheiße! Wer ist das denn? So, Minitrail! Jetzt mach ich mal wieder ein bisschen Natur unterm Reifen. Also für die, die Strecken mit Abgründe mögen, genau das Richtige hier. Und ich schön mit Singlespeed. Sauber! Oh, einfach geil mal wieder ein richtig schönes Singletrail zu fahren. Boah, leckt mich am Psykerli! Was ist das geil, ey? Ja, die Tückische Rinne! Ja, die Tückische Rinne! Ja! Ja, die Forti regelt, ne? Die Forti regelt alles, ne? Wirklich! Eieieiei! Das dritte Stück war der Hammer! Das war so ein bisschen Ecklein-Feeling. Mhm. Boah, wie war das? Da tanzt das Ding! Entschuldigung, ne? Na ja, wie das? Na egal. Geht trotzdem irgendwie. Schade, ey! Das dritte Stück, ne? Ja, ne? Ja, ja! 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 dann hast du dann wieder ins kopfkino, oh ist rutschig, aber ist ja gar nicht ist überhaupt nicht rutschig, richtig grip aber hier haben sie glaube ich alles ein bisschen entschärft weil der war schon ziemlich knackig was ist das? weh getan? nein da hab ich gerade, also da hab ich jetzt du hast zu sehr gebremst glaube ich ja ich hab nicht klar gelassen also was du meinst hast du hier entschärft dann? ich bin jetzt gut kann man die kurve fahren oder? echt nicht ne ich auch nicht die ist schon da ist ein salto mortadella garantiert alter alter ich glaube das sieht man gar nicht die obere, ohne scheiß, die obere spitzkehre ein bisschen am guten tag geht die mit umsetzen ja die ist schon ne das war eigentlich das war eigentlich die schwierigste passage ich muss ehrlich sagen als er noch natur war viel viel besser zu fahren das war völliger Bullshit finde ich also das letzte stück der Rest hier unten noch einmal die Nummer ja für einen der hier also jetzt wirklich für einen der ein paar von den Pfeifen da oben schon am Anfang gesehen die müssen irgendwie auch verheftig aussteigen das ist der Gast ist krank ja ist ja alles anders ich hoffe nicht wie gut Pinz ich schon verloren habe ha 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 böse geschäbter Scheißtrick oder ha boah geil ha 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 sauber 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 gefahren boah bin ich da in den schlindern gekommen gib ihm L super Enduro das war wirklich super Enduro ich bin auf jeden Fall richtig gut hinterher gekommen aber ja ich glaube je mehr man laufen lässt desto einfach ist es ja ich habe auch ganz oben so ein bisschen mich also da wollte ich ein bisschen gucken und bin ein bisschen langsamer geworden bin ich direkt ins Strafo gekommen weil ich dann so zwischen den Steinen hin und her geschubst wurde ja die waren ja solche ja oh Alter Alter ey Alter was ist das denn huh oh oh Alter kenn ich nicht brutal das ist alles neu dahinter ein aber was soll das warum lassen die das nicht schön als Naturtrail was soll so ne Scheiße ich bin gar nicht mehr hoch gekommen mit dem Dallback ist eigentlich nicht steil genug ja dadurch kannst du gar nicht genug spusten da konnte ich ja einfach noch fahren ja und dann tauchst du aber hier mit dem Rad auch so bub 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 aber ich weiß auch nicht was haben sie sich dabei gedacht was soll das was soll das krass krass gut gefahren ey Leiterberg Leiterberg Trail 2021 Klappe die erste ja auf gehts oha über die Brücke schön schön aber auch schön flow diese Dinge hier ein au das war ein Stein der Raketenpau lässt sich immer gut stehen hier eine vollert die ey alter ja 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 im gegensatz zu aber das habe ich nicht bekommen das habe ich nicht bekommen das ist nicht dein Ernst ich weiß nicht was ich machen muss ich habe schon viel quatsch gesehen aber das war eigentlich ein traumhaft schöner trail oder eigentlich ein traumhaft schöner trail oder vielleicht hat mir auch einfach ganz entspannt die andere fahren sollen die andere fahren sollen du nimmst du guter Weg wie sowas ja noch weiter hoch fahren können oh ja oh ich rreich sonst ich rieche ich rieche auf geht's in die dolomiten so wir sind jetzt hier oben und das ist jetzt welcher trail ikarus ich weiß gar nicht ob das so rüber kommt auf kamera das ist ein anblick ich kann mich gar nicht auf den scheiß trail hier konzentrieren das ist der absolute wahnsinn